Wie wollen die Instrumente noch stärker auf die Jugendlichen ausrichten? Es gibt sehr viele Instrumente, Übergangsschule, Beruf, die nicht genutzt werden, beispielsweise die Einschichtsqualifizierungen, also Langzeitpraktika, die aber auch angerechnet werden bei einer Weitervermittlung in Ausbildung. Wir wollen auch eine Ausbildungsgarantie gemeinsam mit der Agentur für Arbeit, mit den Sozialpartnern aussprechen, dass jeder Jugendliche nach der Schule spätestens sechs Monate eine Ausbildung, eine Arbeit oder eine entsprechend gleichwertige Qualifizierungsmaßnahme angeboten bekommt. Von daher darf keiner verloren gehen. Wir brauchen nach dem Abschluss in der Schule auch einen Anschluss in einer Beruflichkeit und das wollen wir auch durch eine Ausbildungsgarantie dokumentieren. Was halten wir für schwierig, weil wir teilweise Landesgesetz und teilweise Bundesgesetz haben und wie kann ein Gesetzanspruch dann hinterher auch zwangsweise durchgedrückt werden. Wir wollen, dass wir mit unseren Instrumenten, die wir heute schon haben, die heute auch nicht abgerufen werden, die aber eben nicht zielgerichtet sind, eine Selbstverpflichtung der Sozialpartner und des Bundes und der Länder, dass dieser Einspruch umgesetzt wird und zwar außerhalb der reingesetzlichen Maßnahme. Weil das ist auch eine kreative Frage und keine Frage, die man wie ein Finanzamt lösen kann, per Gesetz. Also das eine ist, wir brauchen von den Betrieben auch die Bereitschaft, ihre eigene Zukunft zu sorgen. Die muss gestärkt werden, damit eben mehr Unternehmen ausbilden. Auf der anderen Seite haben wir nach dem Berufsbildungsbericht jetzt den höchsten Stand an nicht besetzten Ausbildungsplätzen, also fast 36.000. Da müssen wir auch überlegen, wie wir, da passt genauer dann auch die eine Seite, die Ausbildungsplatzsuchende und die Ausbildungsplatzanbietende Seite besser zusammenführen. Und wir wollen gerade über die Berufseinstiegsbegleiter, über eine systematische Berufsorientierung und betriebliche Praktikas von Schülern, einerseits das Interesse der Schüler an betrieblicher Ausbildung, aber auch das Interesse der Betriebe an jungen Menschen, ihn zu qualifizieren, ihn aufzunehmen, auch verstärken und wirken. Und es gibt allerdings eine Großzahl der Betriebe, über 40 Prozent, die nicht ausbildungsfähig sind. Und hier brauchen wir mehr Verbundsysteme mit überbetrieblichen Werkstätten. Wir haben mit den Ausbildungsbegleitenden Hilfen, auch im sozialen Bereich, als auch mit den Berufseinstiegsbegleitern das Personal ist angeboten in den Eltern und den Lehrern, für die Schüler und die Auszubildenden, die besonderen Hilfebedarf haben, Angebote. Die müssen aber verstärkt werden, die müssen auch verbessert werden. Und wir haben im Fachausschuss Bildung der CDU Deutschlands, aber von meiner Initiative hin, eine Beschlusslage erreicht für die Union, dass wir die assistierte Ausbildung in der Form dann auch umsetzen wollen. Das ist also ein Thema, das uns sehr gefällt, weil das sehr konkret, sehr auch auf Menschen ausgerichtet ist, nicht nur auf Instrumente. Und wir wollen die assistierte Ausbildung auch entsprechend dann als Schwerpunkt in der nächsten Legislaturperiode und der Berufsbildungspolitik aufnehmen. Das ist auch ein Thema, das wir in der nächsten Legislaturperiode und der Berufsbildungspolitik aufnehmen. Das ist auch ein Thema, das wir in der nächsten Legislaturperiode und der Berufsbildungspolitik aufnehmen. Das ist auch ein Thema, das wir in der nächsten Legislaturperiode.